Ein verheirateter Mann hat eine Affäre mit seiner attraktiven Sekretärin. Sie konnten der Versuchung nicht widerstehen und eines Tages überwältigten ihre Leidenschaften sie im Büro. Hals über Kopf verschwanden sie daraufhin zu ihr nach Hause. Nach einem Nachmittag voller amoröser Aktivitäten fielen sie erschöpft ins Bett und schliefen ein. Als sie gegen 20 Uhr erwachten, war die Sekretärin zunächst etwas verwirrt, denn bevor sie etwas sagen konnte, begann der Mann sich hastig wieder anzuziehen. Er bittete seine Sekretärin, seine Schuhe mit nach draußen zu nehmen und sie durch das Gras und Dreck zu schleifen. Die Sekretärin, noch immer etwas schlaftrunken, tat wie ihr geheißen, während sich der Mann beeilte, seine Klamotten wieder anzubekommen. Frisch mit Gras und Dreck an den Schuhen, machte sich der Mann also auf den Weg nach Hause, doch kaum hatte er die Tür geöffnet, wurde er von seiner Frau mit einer fragenden Mine empfangen. Wo zum Teufel warst du? fragte sie mit hochgezogenen Augenbrauen und einem skeptischen Blick. Der Mann gestand, Schatz, ich kann nicht lügen. Ich habe eine Affäre mit meiner Sekretärin, ich bin in ihrem Bett eingeschlafen und erst um 20 Uhr wieder aufgewacht. Seine Frau warf einen Blick auf seine Schuhe und schnaubte, du Lügner, du warst schon wieder Golf spielen.